Was macht der? Pat ist immer bei Hylentor, ne? Scheiße, da wollte ich eigentlich hin, weil da Militärbaracken sind. Na ja, Mensch, erst mal zu mir. Komm einfach zu mir, danach lauf mal gemeinsam dahin. Wenn's der Maximus da in der Nähe ist, dann passt das. Was hast du denn angehabt, ey? Ich hab keine Ahnung, irgendwie... Ja, whatever, ich hab keinen Plan. Ich hab nur das Mikrofon, die Sensibilität ein bisschen runtergestellt. Wo bist du, Mr. Ignis? Hinter Nähe vom Vorberg. Ah, mein Pit ist auf dem Server, da würde ich vorsichtig sein. Ich erinnere mich auch an meine Hylentor rum. Ich freu's mich nicht drauf. Und die anderen beiden bei uns hier, die sind alle friendly in PS. Mich kennt der noch von gestern. Oh ja. Mr. Ich seh nix, Alter, wo der Pit ist. Danach hab ich noch mit deinem Bruder gespielt. Ja. Also, na ja, wir haben eigentlich nichts zusammen gemacht. Ich war damit beschäftigt, den Reifen zu reparieren von meinem Motorrad, das ich geklickt hab. Du hast mir nur gesagt, wo der eine Lager ist. Wo der eine Lager ist. Ach, ne Uhr hab ich doch schon gemacht. Soll ich scharf das ein Gewehr mitnehmen oder soll ich es mal bei meinen Zelten lassen? Äh, musst du wissen, also ich kann 24 Deckung geben. Von meinem Punkt aus. Kann ich hier doch ein bisschen was einsehen? Ja. Hier siehst du die Brücke? Brücke? Ja, wo du liegst. Auch in Richtung Hylentor nach Zelle. Nee. Die seh ich nicht. Ich kann nur die Baustelle sehen. Ich kann ein bisschen was von den Baracken sehen. Mit Mühe und Not durch die Bäume kann ich auch ein bisschen was vom Krankenhaus sehen. Ja, da sitzt hinter diesem Dے pullediger nicht. Ja. Da seht dieser Zombie aus. Ja. Da ist der Zombie so alt meistens. Fingers unplugus. Tiefe beiá. looksеляisch душig Na gut, ich nehm ne SVD mal mit. Was machst du? Ich nehm mal ne SVD mal mit. So, braucht noch jemand von euch ne G36 CDK? Lass ich legen, ich hab eine. Ich hab auch eine. Danke. G36 CDK? Yes sir. Kamo. Ja, die hab ich auch. Ich mach jetzt gerade hier den anderen. Ja, ja, ich hab ihm gestern eine gegeben. Ja. 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 Ja, ich hab kenn das alles. Ja. Unheimlich. Ja, ich hab doch alles leadership. Ja. Ja. Ja, wir haben alles jetzt klar. Ich werde mich gerade verarschen. Er oder was? Mein Charakter. Ah, ja. So, jetzt mach ich mich auf dem Weg nach Zelle. Ich bin im Schloss drin. Okay. Ach, wie bunt alles wieder ist. Ich werd bekloppt. Aber zu essen findet man hier ziemlich viel in Dosen. Ja, das hab ich auch gesagt. Ich war auf dem Flugfeld, da lagen dann so 3 Kisten rum mit vollen 6 Dosen. Warte mal, ja. Bei dem abgestürzten Flughafen. Äh, Flugzeug. Ach lol, ich hab das durch euch gehört. Okay, ja. Wenn ihr redet, höre ich das Krankenhaus, Leute. Machen in Zelle. Ja. Und da stimmt auch ganz schön. Krass, wie viele Zombies hier sind, ey. Bin doch hier alleine, oder nicht? In Zelle? Ne, in Wienhausen immer noch. Ich laufe aber jetzt, jetzt hab ich ne Waffe. Wenn der jetzt, wie viele von mir sind, ist er bestimmt da. Ich geh ein bisschen durch den Wald. Der Pit, das ist so ein Drecksack, ey. Wenn ich den sehe, ich töte ihn sofort. Deswegen, wenn jemand reinkommt im Schloss, sagt mir Bescheid. Ja. Mein Pit, der tötet dich, nimmt deine Sachen, heidet dein Buddy und verzieht sich ab in den Norden. Das ist so ein bisschen, wenn ich den wieder schaue. Ich hab' den Schatz. Magst du noch, willst du wieder kurz hin? Ja. Ach. 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 Was hab' ich denn für Schmerzen, ey? Oh scheiße, ich hab' bloß in dir. Im rechtem Handgelenk? Nee. Im linken Nippel. Ich habe mich doch heute wieder piercen lassen. Ah. Linker Nippel, den hab' ich auch schon. Den hab' ich schon länger. Ja. Den rechten hab' ich auch schon, und am besten Stück auch. Das Ding ist nur, ich hab' heute nicht einfach mit Eischspielen kleben. Ich habe voll diese scheiß Ebenlarsalbe raufgeschmiert, eine Betäubungssalbe. So was hat das gar nicht. Ja, ich wollte es aber diesmal so machen, weil ich auch ein bisschen mit den Nieren anlieg, weißt du? So und jedenfalls... Ach du grad, heilig eh, Alter. Er hat nämlich so kein Eispray raufgemacht, Alter. Nur diese Ebenlarsalbe, da war keine kühlende Wirkung, gar nichts. Ich habe mir am Anfang überlegt gehabt, ob ich mir das damals mit oder ohne Betäubung stechen darf, weißt du? Ich wollte es einfach ausprobieren. Ja, ne, wirklich betäuben kannst du es ja nicht. Ja, ne, aber mit dem Kühlungspray und dem ganzen Scheiß. Ja, dieses Eispray ist ja nur da kurz, dass es kurz taub wird. Ne, ne. Ja, eh nicht. Aber so richtig betäuben geht ja gar nicht. Also doch, das geht mit dieser Ebenlarsalbe, das fällt ja auch nur eine Stunde vor. Boah, ich musste schon mindestens 30 bis 45 Minuten kaufen, dass man mir das überhaupt braucht wird. Naja. Boah, Alter. 18 Euro kann ich das scheiß Pflaster abnehmen? Und mir erstmal geht... Oh, ein abgestürztes Hubschrauber, mal sehen ob da Kisten liegen. Da musst du auf jeden Fall gucken gehen. Ja, hier mitten im Dorf. Ja, wenn es ein Rostiger ist, dann nicht. Oh, das ist ne Toolbox. Wir sind eigentlich, ähm, so mitten hier im Dorf. Warte, ich prüfe. Warte, ich prüfe. Scheiße. Also, Baustelle sehe ich kein. Zwischen Krankenhaus und Ballacken sehe ich auch nicht wirklich was. Und Trakt auch. Also, keiner in Höhe. Ja. Da müsste ich aber in Zelle kommen. Da müsste ich aber in Zelle. Ist ja da kein Loot drin. Ja. Wenn du reinkommst in Zelle, dann laufen wir in die zweite Barakke. Da liegt ne Waffe. Ne MP7 gibt's ja auch. Ja. Ich hab bloß das Magazin jetzt. Ja, wenn die Finns so eigentlich nur, äh, bei Militärbarakke. So wie auch in Süd-Airfield oder Nord-Airfield oder in Scheunen. Ich hab, äh, heute, in Scheun nämlich ne Hacker & Koch mit dem Holo umruf. Oder auch mit dem Hockenzieher gefunden. Oder genauso ne TMP mit dem Schalter mit drauf. Hab ja auch nicht schlecht geguckt. Meine Lieblingswaffe ist aber die M... M4A1... SD. Ist aber nicht schlecht. Das ist aber genau das... Gleiche wie das D36 SD, ne? So. Kann man die Hitte noch mitnehmen? Ah, ne. Scheiß drauf. Es ist einfach mittlerweile so wenig los auf dem Server. Bis zum Heulen. Das war mal der vollste Zelle-Server. Ja. Ich hab auch einer draufgekommen. Nadine ist wieder drauf. Ja, Pich mit und Nadine zusammen. Wer? Nadine, ja. Ja. Nadine und Pit, glaub ich. Ich hab immer noch diese beschissene Double Barrel hier. Ah, Winchester. Ah, Winchester. Ist doch schon was besseres. Ah, Winchester. Ist doch schon was besseres. Oh, Winchester. Ja, ich bin gerade durchgelaufen. Ich bin schon hinter. Okay. Ich glaube, dass hier jemand in Zelle ist, wenn den... Ich glaube, dass hier jemand in Zelle ist, wenn den... Wir sind gerade gerade von zombies gespawnt. Du bist kurz vor dem... kurz vor den Baracken, ne? Ja. 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 Ja, da sind Straßenschilder. Ja. Aber noch das einige an von mir. Zwei Kilometer. Einer von den beiden ist gerade in Zelle. Sind gerade Zombies gespawnt. Einer der böse ist. Hoffe ich mal. Platz. 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 Es soll nur reinkommen. Ich hab beide Ausgänge im Blick. Ich hab noch zwei Kilometer vor mir bis Zelle. Am liebsten würde ich hier hin. Ich hab noch zwei Kilometer vor mir bis Zelle. Am liebsten würde ich hier hin. Was auf die Tasse stellen und einer rauchen gehen. Mit einem Makro geht das ganz einfach. Ich seh schon das Fabrikgelände von Zelle. Dann bist du gleich da. In den Barracks war ja noch gar niemand. Ne, das ist ja noch nicht. Da ist die Altstadt. Eine Altstadt ist die Schule. Da kann ich mal reingehen. Oh Bandages brauche ich ganz nennen. Falls du so USP-Magazine finden solltest du mal besch... ... Da würde ich nämlich zwei ganz gerne vornehmen, falls du mir vermisst es. Was ist denn die Kneipe? Na ja, das Dach von dem Schloss, das sehe ich auch schon, in der Ferne. Ach, was ganz Neues, das ist GPS, ey. Da zähl ich nicht schon vier Stück. Damit kann man gut Leute ausspielen, da zähl ich glückhaft. Oh, ja, das war. Oh, ja, das war. Knieper Zack. Schauen wir mal die Scheune an. Ich hau mal ein Zombie drüben in die Zelle weg, mal sehen ob ich den treff. Was ist das denn, ne Bärenfalle, geil, nehm ich mit, kann man einen Eingang versiegeln. Hast du gerade geschossen? Yes sir, ich hab den zellenden Zombie weggenommen. Was hab ich gehört? Der SVD oder was? Yes sir. Was ein schöner Schuss ey. War sogar fast ein Headshot. Aber nur fast. Jetzt hab ich Blut geleckt, jetzt will ich noch eine machen. Trotzdem in der Geschichte. Die beiden sind mir nicht mitgekommen. Oh, hab den Glück gehabt. Oh. Oh. Das hab ich auch gehört. Dann bist du irgendwo hinter mir. Um, Headshot. Bitte? Ich höre die Schüsse hinter mir, also du bist irgendwo hinter mir. Oh. 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 Ah, aber der knapp. Hast du denn mit dem R? Nein. SvD? Eh, es ist nur die Kamu. Oh, der war schlecht. Hör sich an wie den dem R. Och. Ich treffe ihn nicht. Oh, da hinten der Zombie, der juckt mich. Zeugelgast du gerade jedem wir haben jetzt vom Wiesel während Prozent besser Glück hast kommt jetzt mit und Nadine Nadine ist auch Prozent feindlich eingestellt oder was das wirklich ein Mädchen oder die zusammen zu Rilog deswegen wenn jemand reinkommt und euch entschloss dann sagt Bescheid Mann schon drei DMR Magazine aber alle leer sonst hätte ich jemanden was mitbringen wo ich noch eine Bandage ich habe eigentlich SIG SAUER Oh Magazin oder die Pistole ein Magazin und die Pistole ist auch dabei Achso Hättest du jetzt nur ein Magazin gefunden hätte ich gefragt ob ich das haben kann Ja das Magazin kann ich dir mitbringen Aber die Pistole hast du schon oder was Ja genau Okay dann packe ich das Magazin mal ein mit Ja ganz حi na dann oder ist muss πόν Und Vielen Dank.